Hallo ihr Lieben und Willkommen zu Vlogmas Tag 14. Es ist 9 Uhr morgens und es ist arschkalt. Ich friere mir gerade schon meine Hand ab, weil ich keine Handschuhe dabei habe und ich bin gerade auf dem Weg ins Gym. Ich bin auch richtig motiviert gerade, weil ich die ganze letzte Woche eigentlich gar keinen bis kaum Sport gemacht habe. Und ja, jetzt habe ich gerade wieder richtig Lust und ich habe bei meinem Freund geschlafen und da ist der Weg zum Gym ein bisschen kürzer als von mir aus. Deswegen dachte ich, verbinde ich das jetzt ganz gut und ich freue mich. Es ist auch ein richtig toller Tag heute. Also ich glaube, es wird ein richtig toller Tag, weil es blauer Himmel, die Sonne scheint schon, es ist so richtig kalt und frisch und ich glaube, es wird ein schöner Tag. Es war auch gestern richtig toll auf dem Weihnachtsmarkt, es hat mich voll in Weihnachtsstimmung gebracht. Wir hatten Handbrot und Gulliwein und ein Crêpe als Abschluss. Also richtig, richtig perfekt. Und heute ist eigentlich auch ein relativ entspannter Tag. Also ich dachte irgendwie, wenn ich jetzt zurückkomme, wird es wieder alles sehr stressig jetzt nochmal. Aber eigentlich ist es gar nicht stressig. Also ich habe nicht viele Termine noch vor Weihnachten. Und ja, ich habe gestern leider meine Mütze verloren im Alsterhaus. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ich habe sie auch nicht mehr wiedergefunden. Jetzt habe ich keine Mütze mehr. Ich muss mir eine neue kaufen. Ich glaube, ich gehe dem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Meine Kamera sagt mir gerade, dass ich gar keine Batterie mehr habe. Also es steht nicht mehr nur ein Prozent, sondern die Batterie ist schon durchgestrichen. Aber wir probieren es einfach mal, solange es noch geht. Es war richtig schön bei dem Sport, es hat richtig Spaß gemacht. Ich war wieder voll motiviert und ja, tat einfach gut. Und dann hat mir Mama eben einen Snap geschickt von ihrem Frühstück. Und sie hatte Porridge zum Frühstück und ich hatte übelst lange kein Porridge. Und irgendwie hat mich das inspiriert, auch mal wieder Porridge zu machen. Und ich habe nämlich gerade bei DM auch noch Pumpkin Spice Gewürz gekauft. Ich wollte eigentlich so Lebkuchengewürz kaufen für Keks oder irgendwas. Gab es aber nicht. Die hatten nur Pumpkin Spice Gewürz. Aber eigentlich hört sich das auch voll lecker an. Es ist ja auch Zimt, Nelke, Muskat, Ingwer, Kürbispulver drin. Und ich habe auch mal wieder Mandeln Moos gekauft und irgendwie hatte ich Bock auf Porridge. Und ja, deswegen mache ich das jetzt. Es ist nicht viel, wie man davon so reinmeldet hat. Schmeckt gut. Mein Porridge war sehr lecker. Also irgendwie hat mich jetzt hier gerade der Schoko-Nikolaus, den ich gestern schon angebrochen habe, sehr angesprochen. Und deswegen gibt es jetzt Schokolade als Dessert zum Frühstück. Aber ich finde, zur Weihnachtseinstimmung darf man das. Und das Beste ist einfach immer dieser Part hier unten oder ganz oben, wo die Schokolade so richtig dick ist. Ich musste gerade erst mal saugen, weil die Sonne hier so reinscheint. Und man sieht ja immer erst, wenn die Sonne irgendwo reinscheint, wie viel Staub und Haare und Dreck irgendwo rumliegt. Und das hat mich gerade getriggert. Deswegen musste ich kurz erst mal meine Wohnung saugen. Dann hatte ich gerade noch einen Call, habe ein bisschen Arbeit erledigt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch meinen Adventskalender öffnen muss. Ich habe Mama eben noch eine Sprachnachricht gemacht und ihr darin erzählt, dass ich gestern meine Mütze im Alsterhaus verloren habe. Und dann meinte sie, ich soll einmal kurz die Tütchen von meinem Adventskalender durchfühlen und die Tüte, die sich sehr weich anfühlt, gegen die Nummer 14, die ich eigentlich heute auch machen sollte, austauschen. Weil eventuell ist da etwas Mützenähliches drin, meinte sie. Ja, und ich habe gerade mal gefühlt. Ich schätze, es ist die Nummer 18. Die sich sehr weich und flauschig anfühlt. Es ist einfach sehr kalt draußen. Ich brauche eine Mütze und deswegen finde ich es in Ordnung, wenn wir einfach mal die zwei Zahlen tauschen und die 14 und 18 aufmachen. Mit Mama's Erlaubnis natürlich. Deswegen gucken wir mal, was das hier für eine vielleicht Mütze ist. Oh, ich sehe was farbiges. Eine Pink-Mütze. Nice. Das finde ich geil. Tada. Oh ja, die mag ich. Ich mag sowieso farbige Mützen. Sehr gerne. Oh ja, die mag ich. Oh ja, das ist mein Herz. Untertitelung des ZDF, 2020